Das ist eine bessere Frage. Ja klar, wir gehen weiter zum Opfer-Tee, aber wen verfolgen wir? Wo wird das hin? Nach ganz unten. Okay, warum? Um Vorräte nachzukaufen? Vielleicht. Es ist mir streng zu untersagt, alleine weiter zu gehen. Ja, wie soll ich nicht alleine weiter gehen, ist die bessere Frage. Hm. Was ist das für eine riesige Statue in der Mitte? Ist ja unnormal. Also es ist mir streng zu untersagt, alleine weiter zu gehen und ich kriege einen Teleporter in den Startraum. Was ist da hinten irgendetwas? Ist da hinten irgendetwas? Hm. Hm. Schon mal technisch gesehen mit dem Devil-Trigger bin ich nicht alleine. Wo ich vielleicht irgendein Item mitnehmen? Das wäre doch auch ne Lösung. Schlimm. Ich habe einen Teleporter nach unten bekommen und ich kann aber unten absolut nichts machen. Vielleicht hat das irgendwas mit den Mobs zu tun. Ah. Okay. Verstanden. Dann ist es einfach nur ein Teleporter entweder um zu verwirrten oder um aufzufrischen. Ich habe bei der Statue übrigens immer noch kein gutes Gefühl. Aber hier kann ich doch auch auffrischen. Und sowieso kriege ich da eine eigene Auffrischstatue. Und das ist wohl ein Fahrstuhl. Der Märsch mit Kugeln belohnt. War das nicht. Wot-wot-wot-wot-wot-wot. Hallo? Oh, ich bin doch richtig gut. Nein. Was machst du wenn ich dich ignoriere? Hoffentlich nicht weinen, weil das wäre total gemein. Was reagierst du? Aufhebe mich am Hintern. Ob das reagierst du? Kein Ding. Würde ich auch tun, wenn ich du wäre. Die Kämpfe werden langsam ein bisschen anstrengend. Wenn man es zu lange macht. Ich könnte bei Steam gucken, wie lange ich im Spiel bin. Das könnte ich. Sekunde? 83 Minuten, also 2 Stunden. Am Stück. Kein Ding. Das ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Ich will nicht runterfallen und alles nochmal machen. Mit aufs Maul reagierst du nicht? Ja, ich weiß, die Anzeige ging irgendwo da hinten runter. Hm. Hier waren wir schon. Aber wir sind noch nicht weiter nach rechts gegangen. Da gibt's auch nur Leben. Hurra. Hat sich derbst gelohnt. Total. Ich bin total froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wären wir diesen Weg nicht gegangen. Wären wir nicht gegangen und hätten gar nichts verpasst. Wäre doch schei... blöd, hätten wir das nichts verpasst. Ne? Klar. Und ich seh nicht, wo's hier weitergehen soll. Nach unten ist garantiert nicht die richtige Lösung, mein Freund. Oh, doch. Tschüss. Ähm... Statuen groß? Schlechtes Zeichen. Was denn...? Ist es nicht schön? Das ist schön. Ich denke, wir haben eine Unterschiede auf dem Punkt. Wie schuldig. Wie schuldig. Aufschlösch. Wie schuldig. Äh. Ist nicht Ihr Koffer, dass Ihr eine mit ihr sein soll? In der Ratte, Ihr Körper sich zerstört. Es wird sich mit einem, um sich zu demonstrieren. Und auf seine Koffer zu demonstrieren. Eine Sache von von kürzischen und kürzischen Gesambleibn. Go blow yourself. I'm here to save you. Please trust me. I'm afraid you are too late. But, although still incomplete, this is your chance to catch a glimpse of the true power of our savior. Ask for forgiveness from the savior. How dare you decry the savior! No! No! Das war's für heute. No! Great, Nero Saga. Cause you're gonna need it. No! The serial is coming! You will be! The serial is coming! No! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Du bist ein Dämon, nicht ich! Du bist ein Dämon, das ist so schade. Ansonsten muss ich einen Mann, der die Blut von Sparta träumt. Während du nicht in der Dämon, hast du noch einen schweren Kampf gemacht. Dämon? Ich wollte ihn als unser Saviur erwarten. Aber in der Zwischenzeit, würde ich lieber die Möglichkeit wählen. Wenn du dein Blut und diese Schuhe sind verbunden, werden wir in der finalen Stufe des Ziel. Das ist mein Ziel! Jetzt! Run! Kredo! Du hast uns verletzt. Ich... Ich... Du hast uns verletzt. Aber du hast meine Frau, Krediay, der nichts zu tun hat. Und das ist außerhalb des Entschuldigung. Liebe... Für Siebrien... Für Siebrien... Für Siebrien... Für Siebrien... All das ist notwendig... ist die absolute... Werte... Werte... Oh... Es ist du... Gloriel... Unfortunately, du hast nicht erwartet, ein descendant von Sparda. Und wegen diesem Mann, du hast du gewaltt. Und der Saviur wird er komplett. Ich weiß nicht... Ich würde sagen, dass dieses Kind noch ein Leben in ihm hat. Entschuldigung... Sieh, Gud. Das Kind jetzt ist nicht möglich. Die Ertung muss erheblich sein. Anh Vater... Sieh, Gud! Du hast es Ihnen aufs Leben verkauft? Nein. Die Ertung muss eröffnen, nicht zuerst! Ert,awan, Heh, so melodramatisch. Beside, wenn du sterben, ohne mir meine Schmerzen zu geben, werde ich schrauben. Dann komm und geh es! Heh, was ein Punk. Untertitelung des ZDF, 2020 You always turn your back on me I failed to save you You always turn your back on me My pain to ease the shame of sin You always turn your back on me You always turn your back on me Kittier! Kittier! I swear it! I swear I'm gonna get us out of here! Together, Kittier! Kittier! No! Kittier! 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 Wollt ihr eine Veränderung? Alles gut. Lass uns mit dem Plan anhalten. Denn, wir spielen jetzt nicht mehr mit Nero weiter, für ne Weile, vielleicht sogar nie wieder, dann weiß ich, wie's ausgeht, sondern... Lend mir, eure Ears, und Fangs, destroy this world, so that the true Utopia, can, be, BOLD! Judgment Day has arrived! Achio, Achio , Achio, Achio , Achio! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Do not fear. Our savior has come for us to deliver us salvation. We must repent and rejoice for the world has not yet come to an end. We must repent and rejoice for the world has not yet come to an end. That's a solid performance for an old fighter like you. Vielen Dank.